Du hast doch morgen frei, oder? Ja. Mario hat morgen auch frei. Ja, wieso? Aber wieso kann ich denn nicht für uns kochen? Wir beide könnten doch... Weil ich lieber Italienisch esse. Mata, kann ich dich kurz sprechen? Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Ich kann sie doch nicht allein taucht lassen. Schließlich ist sie erst acht. Eben, sie ist erst acht. Sie sollte zu Hause sein, mit anderen Kindern spielen. Und ihre Hausaufgaben machen. Und zur richtigen Zeit im Bett sein. Warum suchst du dir denn keinen Babysitter? Sie braucht keinen Babysitter, sie braucht deine Mutter. Weil Lina's Idee nicht meine. Ach, warum habe ich mir das wohl fast gedacht? Und ich mach die Einkäufe. Nicht nötig, wir haben alles. Ich mach die Einkäufe. Er kommt zu spät. Er kommt immer zu spät. Männer. Ja. Was, wenn dein Brief verloren geht? Ich hab ihn als Einschreiben geschickt. Ach so. Ich geh! Die Küche! Die Küche! Da! Ah ja. Nein, nein, nein. Schon da, schon da. Die Küche! Die Küche! Die Küche! Die Küche! Die Küche! Die Küche!